In den beiden vorangegangenen Videos in dieser Reihe habe ich euch abstrakte Funktionsbausteine und Interfaces, oder auf Deutsch Schnittstellen, erklärt. Vielleicht ist euch dabei schon aufgefallen, dass diese beiden Konzepte ziemlich ähnlich sind. Hier einmal im Schnellüberblick die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von abstrakten FBs und Schnittstellen. Erstens enthalten beide Methoden und Eigenschaften, die zwar deklariert, aber nicht implementiert werden. Das hat zur Konsequenz, dass zweitens weder abstrakte FBs noch Schnittstellen direkt instanziiert werden können, sondern nur als Basisklasse in einer Vererbungsbeziehung auftreten. Und drittens sind beide Konzepte ein wichtiges Werkzeug für die Umsetzung von Polymorphie, wobei ich ausdrücklich erwähnen will, dass Polymorphie natürlich auch ohne abstrakte FBs und Schnittstellen angewendet werden kann. So, das sind erstmal die Gemeinsamkeiten, aber natürlich gibt es auch ein paar Unterschiede. Der erste ist, dass bei Schnittstellen alle Methoden und Eigenschaften public sind. Der Grund dafür liegt einfach in der Hauptaufgabe von Schnittstellen, nämlich zu definieren, wie ein Funktionsbaustein, der das Interface implementiert, angewendet werden soll. Und dafür sind nun mal nur die öffentlichen Methoden und Eigenschaften relevant. Das heißt also, es können keine Methoden und Eigenschaften deklariert werden mit den Zugriffsmodifizierern protected oder internal, weil eben keine Vorgaben für die inneren Abläufe des FBs gemacht werden. Das ist aber bei abstrakten FBs möglich. Hier sind alle Zugriffsmodifizierer außer natürlich private erlaubt. Der zweite Unterschied ist, dass ihr im Deklarationsteil von Schnittstellen überhaupt keine Variablen deklarieren dürft. Also weder Eingangsvariablen noch Ausgangsvariablen und schon gar keine internen Variablen. Diese Einschränkung gibt es bei abstrakten FBs einfach nicht. Hier könnt ihr nach belieben Variablen deklarieren. Übrigens könnt ihr auch bei den Methoden und Eigenschaften von Schnittstellen keine lokalen Variablen deklarieren. Aber das gilt genauso auch für abstrakte Methoden und Eigenschaften von abstrakten FBs. Der dritte Unterschied ist, dass bei Schnittstellen wirklich alle Methoden und Eigenschaften nur deklariert werden, wohingegen abstrakte FBs zulassen, dass beliebige Methoden und Eigenschaften auch konkret implementiert werden. So, wenn ihr euch diese Gegenüberstellung bis hierhin anschaut, sieht es so aus, als ob ein abstrakter FB eine Schnittstelle komplett ersetzen könnte. Es gibt aber noch einen vierten entscheidenden Unterschied, der eine Rechtfertigung für die Trennung dieser beiden Konzepte ist. Und dieser Unterschied ist, dass Schnittstellen Mehrfachvererbung erlauben, was aber abstrakte FBs nicht unterstützen. Das heißt, ein FB kann gleichzeitig mehrere Interfaces implementieren, aber er kann immer nur einen FB, der abstrakt sein kann, erweitern. Diese Möglichkeit der Mehrfachvererbung ist ein wirklich wichtiges Konstrukt in der objektorientierten Programmierung in ST, denn damit könnt ihr sozusagen Add-ons für Funktionsbausteine entwickeln. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr ein Interface habt, das die Basisfunktionalitäten eines FBs beschreibt und noch weitere Interfaces, die eben die Erweiterung spezifizieren. Dann könnt ihr daraus FBs entwickeln, die zum Beispiel nur die Basisfunktionalitäten implementieren oder beliebige Add-ons hinzunehmen. Wie ihr diese Add-ons konkret in der Programmierung umsetzt, das zeige ich euch im nächsten Video in dieser Reihe. Okay, das sind also die wichtigsten Aspekte beim Vergleich von Schnittstellen und abstrakten FBs und damit möchte ich diese Gegenüberstellung auch abschließen. Es bleibt aber noch die Frage zu klären, wann ihr denn ein Interface und wann einen abstrakten FB einsetzen solltet. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass euch Interfaces dabei helfen, die Funktionalität eines FBs modular aufzubauen. Das heißt, ihr müsst nicht ein super Interface schreiben, das alle Funktionalitäten, die der FB theoretisch haben könnte, auch abdeckt, sondern ihr könnt die Basisfunktionalität in ein Interface legen und die restlichen Features oder Add-ons auf weitere Interfaces aufteilen. Machen wir das mal konkret an meinem Beispiel zur Anzeige eines Integer-Wertes aus dem Video zu Interfaces. Da habe ich ein Interface angelegt mit den Methoden M-On und M-Off zur Aktivierung bzw. Deaktivierung einer Anzeige. Dann gibt es noch die Eigenschaft P-Value, über die der anzuzeigende Wert eingegeben werden kann und die Aktualisierung der Anzeige des Wertes passiert mit der Methode M-Show. Darüber hinaus habe ich in dem Interface noch die Methoden M-Test vorgesehen, mit der eine Testanzeige für eine bestimmte Dauer eingeschaltet werden kann und solange der Test ausgeführt wird, ist das in einer Eigenschaft P-Test ist Active angezeigt. So, diese Test-Funktionalität könnte man tatsächlich als ein Add-on betrachten, das also nicht zur Basisfunktionalität eines Anzeige-FBs gehört und deswegen in ein separates Interface ausgelagert werden kann. Das ist also ein Beispiel für eine Modularisierung und wenn ihr mal in einem Software-Projekt an der Entwicklung von FBs arbeitet, von denen ihr denkt, dass diese auch modular aufgebaut sein könnten, empfiehlt sich also der Weg über Interfaces. Dann nehmt also mal an, dass ihr die Entscheidung für ein Interface getroffen habt, was gleichzeitig bedeutet, dass ihr darin lediglich alle öffentlichen Methoden und Eigenschaften deklarieren könnt. Ihr könnt aber keine Vorgaben oder Vorschläge für eine Konkretisierung, das heißt eine Implementierung der Methoden und Eigenschaften machen und ihr könnt keine lokalen Variablen deklarieren. Das sind alles Dinge, die mit einem abstrakten FB möglich wären und die auch tatsächlich hilfreich wären, insbesondere weil es auch bei unterschiedlichen Implementierungen von Interfaces immer wieder Codeteile gibt, die gleich sind, die aber bei jeder Implementierung neu geschrieben werden müssen. Um das nochmal klarer zu machen, habe ich hier die beiden Implementierungen des Interfaces zur Anzeige eines Integer-Wertes aus dem letzten Video dargestellt. Die linke Implementierung ist der FB zur Anzeige des Wertes auf einem LC-Display und bei der rechten Implementierung wird der Integer-Wert in vier Stufen quantisiert und auf einer Leiste mit LEDs dargestellt. Die jetzt markierten Codezeilen sind in beiden Implementierungen identisch. Ihr seht also, auch wenn die Anzeigeform schon sehr unterschiedlich ist, gibt es bei der programmiertechnischen Implementierung viele Kopiereffekte. Es wäre doch jetzt toll, wenn ihr den Anwender eures Interfaces bei der Implementierung unterstützen könntet, indem ihr solche Codeteile schon vorgeben könntet. Und das könnt ihr mit einem abstrakten FB machen, der das Interface implementiert und den ihr zusätzlich zu dem Interface bereitstellt. Für mein Interface zur Anzeige eines Integer-Wertes könnte der abstrakte FB so aussehen. Im Deklarationsteil des FBs habe ich die Integer-Variable nValueInternal, die den Anzeigewert speichert und auf die über die Eigenschaft pValue zugegriffen wird. Und beActive speichert den Zustand des FBs, ob dieser also aktiv oder inaktiv geschaltet wurde. Die Methode mOn setzt dieses Fleck auf True und mOff setzt beActive auf False und überschreibt den Anzeigewert nValueInternal mit 0. Die Übergabe von Werten an den FB erfolgt über den Set-Zugriff der Eigenschaft pValue und hier werden nur neue Werte übernommen, wenn der FB aktiv ist. So, das sind also alles Codeteile, die unabhängig von der Anzeigeform gültig sind. Die Darstellung des Integer-Wertes ist aber jetzt von der konkreten Anzeigeform abhängig. Das heißt, die Methode mShow, in der die Anzeige umgesetzt wird, ist so speziell, dass es keinen Sinn macht, hier Vorgaben oder Vorschläge zu machen. Also deklariere ich diese Methode als abstrakt und dabei wird eben kein Anweisungsteil hinzugefügt. Okay, wie hilft dieser abstrakte FB jetzt bei der Implementierung? Hier seht ihr nochmal die Implementierung meiner Anzeige-FB für das LC-Display und die LED-Anzeige, wenn diese das Interface direkt implementieren. Und zur Erinnerung sind jetzt hier nochmal die Codeteile hervorgehoben, die in beiden Implementierungen identisch sind. So, und jetzt überblende ich das Ganze mit der Implementierung derselben FBs, die jetzt aber den abstrakten FB erweitern. Alles, was zuvor in beiden Implementierungen identisch war, fällt jetzt raus, weil diese Codeteile ja im abstrakten FB stecken. Und das heißt, dass ich mich bei der Entwicklung der FBs nur noch auf den Code beschränken kann, der für die konkrete Anzeigeform relevant ist. So, ihr habt also an diesem Beispiel gesehen, dass es sich lohnen kann, zusätzlich zum Interface einen abstrakten FB zu entwickeln, der also Vorgaben oder Vorschläge für eine Konkretisierung der Methoden macht. Außerdem könnt ihr in dem abstrakten FB auch noch interne Variablen deklarieren und, auch wenn es in meinem Beispiel hier nicht vorkam, könnt ihr Methoden und Eigenschaften mit anderen Zugriffsmodifizierern als Public ergänzen. Okay, ein Interface und einen abstrakten FB zu entwickeln, scheint erstmal größerer Aufwand zu sein, aber was ihr damit gewinnt, ist sozusagen das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Ihr ermöglicht damit den Anwendern eurer Entwicklung im besten Fall eine sehr effiziente Implementierung, die, wie ihr das gerade gesehen habt, auf das Wesentliche beschränkt ist, nämlich über die Erweiterung des abstrakten FBs. Und gleichzeitig hat aber jeder Anwender auch die Freiheit, das Interface direkt zu implementieren, wenn das für einen sehr speziellen Fall nötig wäre. Und wenn ihr so wollt, die Kirsche auf der Sahne ist dann noch, dass ihr über eine Aufteilung der vollen Funktionalität des FBs auf mehrere Interfaces so etwas wie einen Baukasten für euren FB habt, mit dem ihr die Basisfunktionalitäten über Add-ons modular erweitern könnt. Und wie man das umsetzt, könnt ihr im nächsten Video in dieser Reihe sehen.